willkommen zurück zu meinem fluch donkey kong country oh gott wie war die steuerung wir haben das letzte mal uns versucht hier durch diesen fließband förderband level durch zu kämpfen sind mal relativ weit gekommen und dann die ganze zeit oder was sind dann immer wieder gestorben und ich habe mal wieder darüber geflucht wie blöd es ist ein level auswendig lernen zu müssen weil man einfach ja es gibt man kann ja nicht reagieren man muss es auswendig lernen so jetzt kommen zum beispiel gleich die drei noch nicht jetzt kommt die drei wo ich zum zweiten buchstaben kommen noch ein kleiner geier da sind sie okay das war der war leicht okay da war ich noch in der luft zum glück so kurz durchatmen aufpassen was passiert es wird nämlich schneller an jetzt kommt das gut jetzt kommt gleich dazwischen speicher und das bonus fass hier so ich überlege gerade ob ich selbst kommen soll weil ich keinen bock auf das level habe also nicht so auf das level so extrem viel bock aber wir wollen mal nicht so sein und versuchen den originalen weg so ein paar bananen können wir noch einsamen hier aus dem bonus level vielleicht erst reicht noch für ein leben eine banane man misst okay da ist der zwischenspeicher und das nächste fließband ja riskieren wir es jetzt geht das mit den ratten los und mit den bienen und natürlich auch die ratten die von einer seite kommen und da kommt noch mal ein schießen geier der aber auch kein problem ist da kommen wir drüber hier musste ich glaube ich auch genau ganz rechts jetzt wieder ganz links das bonus fass nehme ich absichtlich mal nicht mit weil das war ja ah fuck den kann ich nicht drauf springen muss ich umrollen war das bonus doch ich muss ich muss das bonus fass ja nicht mitnehmen oh man das ist nämlich auch so scheiße das bringt uns ja bis zum zwischenspeicher zurück das heißt wir haben den level dann wieder zur hälfte nicht mehr na gut jetzt habe ich es eh verpasst ich sollte eigentlich ja ich kann ja nicht mehr auf donkey wechseln ich muss den einfach umrollen ne da war es bonus fass mist genau so muss ich das mit dem anderen auch machen so oh gott da wollte die die nicht anhalten ich brauche noch mal kurz eine pause vielleicht schaffen wir es gleich vielleicht schaffen wir es gleich so viel dazu okay jetzt sind wir bei donkey ich bin gerade gerollt ich habe gerade den rollenknopf gedrückt es geht gleich wieder gut los in dem spiel rast nicht aus donkey alles gut so wir haben die die wieder und wir verstecken uns so jetzt geht es einmal hoch und dann können wir zum bonus fass dieses mal nämlich mit okay da war dumm dafür war der umso besser und bonus was so ich glaube dass donkey fass kommt nicht wieder ach das war der klappert der mitspringt genau ich erinnere mich ja den will ich auch nicht lang machen hauptsache wir haben das bonus fass okay ja da ist das decay fass natürlich nicht mehr da jetzt nach rechts für diesen geier zu spät okay aber das bonus fass ist eingesammelt das zählt wenn wir jetzt den level irgendwie schaffen wenn wir jetzt den level irgendwie schaffen natürlich aber dieses irgendwie ist mir auch ein bisschen zu fragwürdig so rechts schon mal rollen dass ich jetzt in ruhe hüpfen kann über die biene drüber dann ganz nach rechts und zwar so dass man fast in abgrund läuft ganz nach links so rollen weg rollen weg so rennen habe ich noch angefangen ich halte den rennknopf jetzt gedrückt ane da muss ich rollen da muss ich rollen hat nicht gepasst aber das ist erst n da fehlt noch ein ganzer buchstabe gott und klapper kann er noch die wirklich klappe heißen aber das klingt gut haben wir das jemals schon mal gesehen das gehe ich bin mir gerade nicht sicher ob ich das gehe jemals gesehen habe das schöne ist wir sind jetzt donkey der zwar ein bisschen langsamer und größer ist aber ja rein theoretisch die gegner töten kann die also auch mit drauf springen die 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 nicht töten kann dadurch wird die entsprechende stelle hoffentlich leichter okay ganz nach mann da steht auf der kante wird getroffen so viel zum thema wir haben donkey hüpf gott jetzt haben wir zumindest noch ein treffer verfügbar auch wenn ich so nicht denken möchte in diesem spiel ha geschafft n jetzt kann ich den typ hier wieder vorbeilaufen lassen jetzt kommt g wir wurden getroffen aber das ist mir egal ein leben und zwei gegner die waren doof die waren jetzt echt auf aber wir haben das bonus level aber die wir haben wir haben jetzt alle bonus level die ich gesehen habe sag ich mal so wir haben alle buchstaben das war zu früh was nicht wir haben alle buchstaben das heißt wir sind in diesem level eigentlich jetzt ganz gut dabei das war falsch gesprungen gut das heißt wir müssen den level gleich noch mal machen also wahrscheinlich und man sind da andere spiele doch ganz leicht dagegen so aber nur bietig hallo donkey wer die anspielung versteht nicht wer die anspielung versteht gut wer die anspielung nicht versteht ist ein champion das hat einer gemacht er sagte irgendwie zu die normalen spiele sind ja eigentlich zu leicht also früher waren spiele herausfordernder und hat so ein richtig schönes oldschool jump and run gemacht was einen an allen ecken und enden so richtig schön verarscht also der treffer war notwendig würde ich sagen nein jetzt auch noch so einer wow hat sich nicht umgedreht oder nein 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 kann mir gerade jemand sagen was ich gegen die gegner noch mal machen musste umrollen konnte ich den gerade nicht da dann nur gemacht was kann dich gegen die machen ich weiß ich weiß es echt nicht mehr konnte man da drauf springen ich weiß es ich weiß es nicht mehr die gegner kommen zu selten muss man ja echt sagen okay jetzt haben wir den auch mal mit donkey besiegt wie weit muss okay donkey kann das auch überleben er muss nur ganz am rand stehen das wirklich ganz am rand okay der war knapp so jetzt hüpf was was warum ist die jetzt runtergefallen warum ist die gerade runtergefallen und das soll noch jemand sagen solche spiele sind nicht unfair also er versteht warum ich kräftig fluch hoffe ich doch warum ich gerade schon wieder überlegt die aufnahme sehr früh abzubrechen weil ich einfach ich habe kein bock mehr auf das level bzw ich würde blind spielen nicht blind ohne aufnahme spielen um zu um irgendwann vielleicht herauszufinden welche gegner sich wo befindet und dann einmal in einem erfolgreichen run alles zu schaffen aber das ist halt auch nichts weil ich meine ich weiß ja ungefähr wo die gegner sind und trotzdem bringt es nichts genau das war der buchstaben geier es kommt die zwei klapper der eine klapper dann kommt da wäre ich jetzt fast in die biene reingelaufen dann kommen die anderen beiden klappers da reicht es nicht mal dass man ganz an den rand geht weil die sich in der luft umdrehen dann kommt der orangutan ich hätte durchlaufen soll nicht drüber springen oh man ich warum habe ich mir donkey kong katsche als projekt rausgesucht weil es ein geiles spiel ist ja okay aber es ist so extrem nervig frustrierend ich habe gerollt ich habe den rollenknopf gedrückt auch spiel jetzt muss ich wieder das zweite donkey fass mitnehmen was in so einer richtig nervigen position war erst mal muss ich bis dahin kommt das ist natürlich das andere so hier genau das das ist nämlich relativ schwer zu erreichen weil da muss man früh springen weil diese plattform nach unten weg geht und dann darf man aber nicht über die plattform rausspringen so und bei den klappers habe ich noch so das problem die kann man ja auch nicht umrollen weil die ja ihren hier weil die ja mit ihren zähnen angreifen ich muss auf die drauf springen wenn ich sie irgendwie besiegen will und ich muss sie ja eigentlich besiegen um zu überleben das war jetzt gut okay wie ging es weiter es ging weiter mit einer biene die nach links und rechts nehmen wir morgen gut haben genau so jetzt rüber hat gereicht jetzt kommt die biene die nach links und rechts fliegt und dann der idiot wo ich nicht mehr weiß was ich bei dem machen musste okay in einem einfach in den abgrund laufen lassen gut pfeil orang-utan 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 ich kann ihn nicht um ich hab den exit oh mein gott okay ihr seht es mir nach ihr seht es mir nach aber halt ich will noch eine sache gucken bevor ich in der renke wir haben noch nicht mal alle bonus level nach hinten wir müssen noch mal in den level rein okay wow aber ihr seht mir nach dass ich gespeichert habe das ist doch verarsche moment bananen die nach unten zeigen und eins komm ich an das seil dran nee dann halt von der seite die lange ist wieder da natürlich hier ist ein k wie soll ich dann das seil rankommen das war wahrscheinlich mit dem ich rolle mich in den abgrund rüber nee so geht es auch bonuswelt kommbuchstaben K oh 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 zu spät ich bin zu spät gesprungen naja war ja nur ein leben was uns sehr viel gebracht hätte und natürlich kommen wir ganz am anfang wieder raus bei den beiden schlangen das k haben wir und mit dem seil gehen wir zum geier der ist echt arschloch mäßig da platziert aber es war noch kein donkey fass in dem level das war jetzt genauso dumm eigentlich ich wollte gerade sagen es war noch kein donkey fass in dem level weswegen bald eins kommen müsste ich meine das ist ja eigentlich normal dass die donkey fässer kommen so am anfang vom level das war schlecht hopp hat gereicht ich versuche das level hier noch äh die bonuswelt hier nochmal das bonus teil nein 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 ah man da war jetzt dumm dafür ich kann nicht mal mehr die buchstaben vier buchstaben vier buchstaben müsste ich bringen so hallo schlange eins hopp 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 und geier oh man ich muss ich muss an den geier denken äh und natürlich muss ich jetzt jedes mal ans k denken und an die bonuswelt jetzt machen wir erstmal das k wieder und dann alle hoppa zu wenig muss ich wirklich an der ganz obersten stelle und dann dauer nach links lenken und den rennknopf und selbst dann reicht es nicht immer weil das seil irgendwie so 10 mm weit schwingt und nur wenn es ganz nach links geschwungen ist kann es reichen ist ja interessant ok nochmal k o n und das g und ein leben ja und wir kriegen daumen äh thumbs up von donkey wir sehen nicht wie viele leben weil da eine äh eine steinreihe im weg war ich wollte jetzt nicht schalaktiten oder schalakmiten sagen weil ich garantiert das falsche gesagt hätte hab dich hab dich und nächste schlange so hier geht es unten durch sprung sprung das sieht sehr auffällig aus aber da ist nichts oh immer neue gegner und da oben ist ein uah ich hab gerade die die gehört da ist die die ich hab die die wieder mein freund ok was passiert wenn ich da drauf hüpfe nichts ok abwechselnd links und rechts und da unten sind wahrscheinlich abgründe und hier geht es runter will ich in den abgrund springen will ich da runter schauen will ich gucken ob da ein bonus fass ist ah oh god ich dachte hier kommen der level heißt lift spiele wie viele lifts hatten wir bisher kein wie viele seile hatten wir viele wie viele bienen haben wir zu viele ok das war jetzt einfach ein blindersprung hat aber funktioniert wahaha es wird nicht besser und ich will nach unten ich will garantiert nach unten da sind ok fass da ist ein gegner fass und weiter warum kann man da runter was was soll der weg da unten bringen und natürlich wieder den ganzen level von vorne ok ok nach rechts nach links hüpf rüber wir können hier theoretisch jetzt immer ein extra leben bekommen das heißt immer wenn wir den level starten holen wir erstmal ein leben damit gehen uns die leben nie aus bis wir dann den zwischenspeicher haben nein oder man verschafft es einfach nicht weil man so blöd ist dafür im richtigen timing vier mal zu hüpfen und dann muss man die extra leben auf andere art holen zum beispiel mit denen hier und ich weiß immer noch nicht warum die schlangen so ein geräusch machen wenn sie zerstört werden so ein hüpf hüpf rüber rüber runter langsam machen schnell und rüber ok das war jetzt hier nicht ganz weit hoch hoch rüber und schnell weiter ok ok und jetzt wieder das mysterium was ist da unten ich will es nicht mehr wissen ok was auch immer ich riskiere mal was ne da ist ein abgrund schade ein seil was ganz in den abgrund geht und am ende noch eine banane das hätte natürlich auch ein bonus level sein können da gibt er mir ja hoffentlich recht dass das eine valide annahme war diesmal hat es nicht gereicht obwohl ich ganz rechts war äh ganz links so k k weit zu früh das gibt es doch nicht wie oft war ich da jetzt drin viermal fünfmal ich hab's nur einmal geschafft das ist eigentlich eine schlechte bilanz dafür dass es wie gesagt nur vier sprünge sind unsere lebensanzahl wird wieder kleiner Wir müssen aufpassen So, ich höre Didi Hopp Und ich habe Didi Rüber Zu früh War natürlich auch sehr dumm, der Sprung Ich meine, ich weiß das ja eigentlich besser In dem Level sollte man bei Seilen Eigentlich nie schnell weiterspringen Sondern sich immer Zeit lassen Außer man weiß, dass man Schnell springen muss Ah, jetzt kann ich natürlich da unten versuchen An Donkey ranzukommen Während da Schlangen und Anderes Zeugs unterwegs ist Hoch Okay, es hat funktioniert Ich habe Donkey bekommen ohne Gegentreffer So, jetzt hier in der Mitte bleiben Uah, der war knapp Jetzt hole ich mir die Und da ist Didi wieder weg Ich konnte nur sagen, ich hole mir die 10 Bananen Und dann geht es weiter Okay, das geht auch abwechselnd nach links und rechts Ah, wenn man draufsteht, kommen keine Gegner Das war Daumen hoch Ja, Daumen hoch Ja, damit beende ich aber den Part Äh, wir haben ja am Anfang von dem Level gespeichert gehabt Äh, deswegen habe ich jetzt den Spielstand geladen Und haben auch wieder mehr Leben Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da Lasst in den Fall Kommentare und konstruktive Kritik da Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine zweite Folge aufnehme Oder nee, nee, ich nehme jetzt keine zweite Folge auf Äh, obwohl es eigentlich in meinem Aufnahmeplan stand Aber da verzichte ich jetzt drauf Ja, bei allem Bis zum nächsten Mal Einen schönen Abend noch Und Tschüss